Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 27.08.2020 und definitiv ein Tag, den wir mit büttelischen Spannung erwarten dürfen. Da steht einige Sachen auf dem Zettel, die kommen, sei das die Fettrede 16 Uhr, sei das die BIP-Zahlen 14.30 Uhr, die werden natürlich wieder großartig sein, wer kann schon anderes erwarten, also ich hoffe, sie erkennen die Ironie ein bisschen oder den Sarkasmus vielmehr im Tonfall, aber das haben wir ja die letzten Male immer wieder gesehen, was die Amerikaner da an Zahlen präsentieren und wenn die Zahlen schlecht sind, wird es trotzdem gefeiert, völlig egal, Hauptsache hoch. Hauptsache hoch war ein bisschen das Stichwort, könnte man meinen, zum Mittwoch, gerade was im Tech-Bereich da teilweise zu sehen war, also das, ja, das ging eigentlich ohne Ende, ne. Ich glaube, in der Spitze hat man irgendwo 25%, ich meine, Salesforce war es, die ja jetzt auch an S&P, glaube ich, mit nachrücken, für Exxon Mobile, die zum Beispiel, die rausfallen, dann hat man gut 11, 12% auf der Netflix drauf, also das ist schon überall ordentlich Tobak drauf gewesen, ne. Tesla auch mit neuen Allzeithoch, das hat schon überall richtig geflutscht. Der Dow Jones ist gar nicht so richtig hinterhergekommen, der hat ein bisschen rumgeeiert, unser DAX hat so, ja, ja, ein bisschen was noch mitgezogen, sich zumindest gut reingestellt bekommen, hat er allerdings auch in seiner Aufwärtsbewegung etwas an Dynamik verloren, das sieht man im Vergleich zu dem, wie wir hier ausgebrochen sind, also hier sind wir relativ straff hochgekommen, hier träge runter, entweder holt ihr das jetzt noch nach, zieht es hinterher und pusht uns hier jetzt im Mittwoch nochmal richtig lang, ne, den Donnerstag richtig lang, also gerade so über 300 würde ich schon jetzt hier in den Raum geben, dass man durchaus die Übertreibungsbewegung sehen kann, das, was wir momentan sehen, das sind definitiv Übertreibungsbewegungen überall, in allen Bereichen und, ähm, deswegen, warum nicht auch mal hier, ne, kann schon sein, dass die Leute sich sagen, ach ja, bevor ich jetzt vielleicht dann auch noch eine Tesla reinkaufe, nehme ich vielleicht lieber eine SAP oder irgendwas, keine Ahnung, mal eine Bayer, ähm, ja, das ist durchaus denkbar, äh, deswegen hier einfach ein bisschen Übertreibungspotenzial mit einplanen, über 300, ähm, das kann eine 13,450 werden, das kann eine 13,570 werden, da haben wir noch ein offenes Gap zu schließen, bei 13,570 hätte demzufolge nach natürlich auch ordentliches Reaktionspotenzial und es riecht aktuell auch ein bisschen würzig nach oben. Soweit erstmal die Augen oberhalb, das heißt, sollte unser DAX hier positiv reinkommen, äh, hat er auf jeden Fall das Potenzial, dort, äh, stärker durchzudrücken, hat das Potenzial, sich zu entfalten, Raum ist genug da, wir haben bei 300 eben noch dieses alte Hoch, da, dem müsste er sich widmen, das müsste er kaputt machen, schafft er das, ähm, wäre der Weg, wie gesagt, frei, sollte er aber an der 330 nach unten abprallen, müsste man wirklich sehr vorsichtig werden, müsste man deutlich vorsichtig werden, weil, ja, ähm, wir Donnerstag haben und Donnerstag immer ganz unabhängig davon einfach immer eine heiße Terminlage haben und man sehr, 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 sehr häufig zum Donnerstag einen starken Schlagabtausch aufs beiden Seiten zieht. Und das kann sogar dazu führen, dass es unseren DAX noch mal auf die 13.000 runterplackt, also wirklich bis zur 13.000 wird es ihm geben, vielleicht mit so kleinen, sag mal 13, 1,50, 13, 80, 13, 100, also mir ist wichtig und die 13, 1,50, die erscheint mir wichtig, vielleicht 13, 1,55, um es ein bisschen genauer zu machen, die erscheint mir wichtig, darunter habe ich weiterhin 13, 100, 13, 80, die sind die ganze Zeit wichtig gewesen, die sind auch zum Donnerstag wichtig und wenn er da drunter geht, dann wahrscheinlich auch wieder an die 13.000 runter, also diesen Schlag, den sollte man mit einplanen und natürlich dann auch einen entsprechend harten Gegenschlag, also das durchaus denkbar zum Donnerstag, es wäre nicht ungewöhnlich, wenn er einmal komplett in die eine Richtung und dann in die andere durchzieht und deswegen kann man hier schon mal ein bisschen eine extremere Variante mit einplanen, warum, wieso, weshalb, das weiß man hinterher dann meistens besser, irgendeine Nachricht passt dann ganz genau drauf, aber das wäre ein nicht untypisches Bild. Entweder einmal komplette Rolle rückwärts an die 13.000 und wieder volle Fahrt nach oben, also kann es zum Beispiel 14.30 sein, dass es den richtig wegredert und dass es dann 16 Uhr mit der Rede wieder komplett zurückzieht oder wie auch immer. Oben haben wir die 13.300, da würde ich sagen, bis dahin muss man hier noch ein bisschen Puffer geben, alles was dann da drüber geht, ist einfach mal, ja, aufwärts Risiko, muss man schon sagen, so viele wie momentan hier drinnen Short rumfummeln, auch im Nasssack, wie viele da Short drinnen suchen, haben wir Short-Squeeze-Gefahr halt einfach, deswegen kann er da oben ordentlich knallen, kann ordentlich rumpeln und sich da gut was an Strecke noch rausknallen und natürlich auch schnell implodieren, da muss man schon ein bisschen aufpassen, Stops nachziehen und so weiter, das sollte zum Donnerstag definitiv ein guter Ratschlag sein, auch auf die Stundenkerzen zu achten, insbesondere wenn er lang oben rausgeht und er hackt dann da eine fette, eklige Rute dahinter, dann dort ein bisschen aufpassen, weil die einfach, das ist einfach typisch für Donnerstage, wenn die dann auf Strecke gehen halt, also wenn die sich auch einen richtig dicken Rücklauf rausgönnen, einfach weil die Übertreibung so da ist, weil die Nervosität da ist, einfach um das Verhalten auch dahinter zu verstehen, die müssen sich vorstellen, wenn der Dax jetzt hier nach oben anreist, dann trinkt er so viel aus dem Short und zwingt auch viele, gerade Privatanleger, überhebelt Leute, zwingt er viel in den Long rein, Absicherung oder wie auch immer oder Hedgen und so weiter und so fort, so, wenn er dann nach unten läuft, dann hat er die Leute im Verlust, weil die müssen dann irgendwann hier unten den Hedge wieder auflösen oder müssen ihre Short-Position wieder reinnehmen, die sie hier oben aufgelöst haben und damit haben sie verloren, haben eine Strecke liegen gelassen und das ist das, was der Dax halt gerne ausspielt und was macht er dann, das eben wieder zurückschubsen, sodass die wirklich auf die Nase bekommen, also das ist sehr typisches Verhalten, einfach immer wieder an Donnerstagen, sehr ausgeprägt, sehr starke Bewegung auch, Short-Trigger würde ich unten an die 12, ich sag mal, eigentlich sogar fast an die 13.000 stellen, sollte uns der Dax da runter gehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier auf Gap Close gehen, 12.800, 12.67 und, ähm, ja, das ist jetzt nicht, was dazu passieren soll, damit das passiert, aber man sollte niemals nie sagen, unseren Dax hat es auch letzten Monats, Sie erinnern sich vielleicht, auch da standen mal wenige Tage vor dem Monatsschluss an der 13.250 und es sind gut 1000 Punkte noch in der letzten Handelswoche zum Monatsschluss nach unten gezerrt worden, ne, also, ähm, ja, man sollte niemals nie sagen, so, jetzt habe ich hier irgendwie meinen Pfeil gelöscht, warum auch immer und würde dann nämlich sogar schon sagen, wir können dann hier auch das tatsächlich dann so zumachen. Großdenken zum Donnerstag, denke ich, ist gut angetan, wir sind noch im Aufwärtstrend, da haben wir gestern auch gesagt, auch wenn wir mehr unten analysieren, der Dax ist im Aufwärtstrend, er kann weiter hoch, wenn er über 13.120 oder so geht, haben wir auch gesagt, weiter aufwärts, 13.2.20 wieder zu sehen, 13.1.90 wieder zu sehen, alles, alles gemacht, schön nach oben gezogen, unten auch die 13.000 verteidigt, die hat man gesagt, wenn er da drunter fällt, könnte es ein bisschen rumpelig werden, hat aber gar nicht getan, ne, hat direkt auf der 13.000 verteidigt, das gut gemacht, ähm, für mich wäre jetzt zum Donnerstag so der Bereich um 13.150 so der Bereich, wo ich sage, wenn er da zurückkommt und dann wieder nach oben dreht, gut und gerne bis 13.300 hoch, das wäre so ein, so ein, als vertretbarer Long, also das wäre quasi fürs Longeste, so gibt es das Wort, für das positivste Szenario, äh, wäre das der perfekte Rücklauf eigentlich, ne, so 13.150 und dann hoch, man kann natürlich auch direkt durchgehen, aufwärts, oder wie auch immer, ist alles momentan sehr abgefahren, wird viel gekauft, ähm, ist sehr viel Kursfandasie, offenbar da, äh, wenig, wenig Alternativität, oder, wenig Alternativen, wo die Leute ihre Performance holen können, also stecken sie es hier noch rein, weil sie sich sagen, sie kriegen wahrscheinlich eher noch mal 3, 4, 5% nach oben, als 3, 4, 5% nach unten, und dann geht das Geld rein, und das Geld geht nach oben, ne, also das ist, äh, beeindruckend, da, da kommt man schon ein bisschen ins Staun, ähm, ich weiß es noch aus vergangenen Zeiten, wenn man halt, also wir haben ja, wir haben ja Long mit reingebaut gehabt, seit, seit, ähm, quasi im März haben wir angefangen, Sparpläne mit reinzuhauen, ich weiß es noch aus früheren Zeiten, wenn du nichts drin hast, auf der Long-Seite, dann steht man da, und schüttelt nur den Kopf, in solchen Marktphasen, ne, äh, schüttelt den Kopf, was das Zeug hält, weil man es nicht versteht, wenn man was drin hat, findet man es natürlich auch cool, ähm, gerade wenn man vielleicht auch eine Tesla, oder eine Netflix im Depot hat, ne, das ist so geil, das ist, da freut man sich halt, ne, und das, das, das darf man durchaus auch, wer dann aber nichts drin hat, muss halt auch aufpassen, dass er nicht einfach nur aus, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen aus Neid, aber aus, äh, aus, ähm, dass man sich zu sehr, das als, irreal rechtfertigt, ne, wir haben das am Anfang der Woche schon gesagt, der Markt ist nicht immer rational, ist er eigentlich nie, der ist nie rational, ne, ähm, deswegen, im Zweifel halt einfach das Spiel mitspielen, weil sie, sie verdienen in der Regel nicht viel Geld, wenn sie sich nur dagegen stellen gegen den Markt halt, und auch wenn sie jetzt keine Tesla im Depot haben, auch wenn sie keine Netflix im Depot haben, mal an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Long reindrücken, das darf halt nicht wehtun halt, ne, ne, also, das, äh, das entspannt auch dann, wenn man vielleicht nicht nur zu einseitig agiert, und wenn man nicht nur die ganze Zeit Short sucht, sondern auch mal den Long probiert, ähm, ist das, das ist ganz gut, was man nicht machen sollte, ist den ganzen Tag Short gegenhalten, und dann plötzlich die super tolle Idee kriegen, ähm, doch dann im Tageshoch unbedingt noch auf den Long einzuspringen, also machen sie sich, weil dann, dann handeln sie, dann handeln sie emotional, dann lassen sie sich vom Markt treiben, dann lassen sie sich provozieren, dann werden sie genau das Tore erwischen, ne, aber wenn sie sich einen kleinen Plan machen, wenn sie sich das so angucken, jetzt hier so, wie was wir gerade gemacht haben, halt nix mit den Rücklaufmarken, da fragen auch immer viele, was wir im Dienst, im Premium-Dienst, immer mit diesen ganzen Rücklaufmarken wollen, ne, aber das sind genau so eine Stellen, an denen man einfach auch mal in die andere Richtung eine Position reduzieren, und in die, und drehen kann halt, ne, also, wir haben zum Beispiel auch heute, das hat, der hat wunderbar, ist der gelaufen, der ist von einer zur anderen reingegangen, also, wir haben am Anfang gesagt, äh, keine Ahnung, wir hatten unten gesagt, bis, bis dann, dann, ich krieg's, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, ich müsste jetzt kurz in die Mails gucken, ähm, weiß aber auch, oben, der, der ist so schön gelaufen, der ist, der ist, der ist richtig traumhaft, wir hatten die 1,20, glaube ich, als Erster, ne, dann ist er hoch auf die 1,20, dann sollte er von 1,20 zurück bis, äh, bis zur 50, dort ist er knapp vorher wieder hochgedreht, dann sollte er bis 1,35, 1,70, von dort wieder runter bis 180, ne, und er ist genau in dieser Bewegung drinnen gelaufen, und da, da, sowas muss man dann halt auch einfach mal ein bisschen für sich nutzen, und dann da einfach mal, äh, auch einfach mal einen kleinen Long halt versuchen, mit beizumischen halt, ne, also, dass man nicht wirklich nur zu einseitig ist. Grundsätzlich übergeordnet, hab ich, hab ich auch ein bisschen eher mehr diesen Short-Trigger, ähm, wir haben auch im Premium-Dienst ein bisschen was rumgeschickt, äh, von der übergeordneten Betrachtung, muss man natürlich aufpassen, dass man sich noch nicht zu früh verkämpft, sondern, dass man da auch entsprechende Signale an, äh, abwartet, aber gerade, wenn man auch im Tagesschart jetzt hier so guckt, ist, ist es halt schon markant, dass der DAX halt, hier recht straff hochgezimmert kam, und seit hier, ähm, deutliche Probleme hat mit neuen Hochs, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das neue Hoch ähnliche Probleme machen wird halt, ne, das heißt, es ist, es ist gar nicht zu gut, zu viel Optimismus hier jetzt reinzubringen, weil es durchaus sein kann, dass der DAX vom nächsten Hoch wieder richtig eins auf die Nase kriegt halt, ne, und richtig, richtig nach unten getreten wird, und dann wieder durchaus in den Bereich 4 reingeht, nicht, nicht, weil ich das will, oder weil ich das brauche, sondern einfach, weil das vom Muster her, dann hier dieses typische 3er hoch, zack, und dann hätten wir wieder einen schönen Keil, den man wieder auf dem Keilausbruch anzählen könnte, ähm, das würde hier ganz gut reinpassen momentan, weswegen ich sogar denken würde, dass er das Allzeithoch gar nicht schafft, weil er hier diese Keilkante reinkriegt, und sich daran bestimmt stört, und so, so geil, wie der momentan immer auf Keile und, äh, SKS-Formation war, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass er das anspielt, also meine Erwartungshaltung in dem Sinne eher schon, dass wir das gar nicht hier rüber schaffen, sondern, dass wir hier vorher, äh, wegnicken, wegdrehen, aber, ähm, die richtig Short suchen, sollte man halt trotzdem, auf den roten Kerzen, wenn Umkehrsignale kommen, wenn Schwäche im Markt ist, wenn wir lange rote Tageskerzen haben, dann kann man das probieren, aber nicht zu sehr, ähm, gegen, gegen die, gegen die Kraft gegenstellen halt, ne, das ist, nachher klappt das dann doch nicht, und es kommt keine Schwäche rein, und dann, dann, dann sitzen sie das ewig aus, das ist halt scheiße, ne, also, von daher, wirklich ein bisschen aufpassen, dass sie, dass sie schön mit dem Markt handeln, nicht dagegen, das sind Marktphasen, in denen ist es schwieriger als sonst, mit dem Markt zu handeln, als dagegen, weil es einem, Irreal erscheint, was der Markt macht, aber das ist einfach Marktverhalten, das kann auch Wochen, Monate so gehen halt, ne, also, gerade im Nasdaq, ähm, drehen alle völlig am Rädchen, weil der, weil der, weil der vom, äh, Corona-Tief da so weit hochgegangen ist, ne, gucken Sie sich mal 1999, gucken Sie sich mal 1998, gucken Sie sich mal die Historie vom DAX, die Jahres, äh, vom Nasdaq, die Jahres-Performance-Zahlen an, da gibt's, da gibt's Phasen, hat er in einem Jahr 60%, im nächsten Jahr 70%, und im nächsten Jahr 80% plus gemacht, ne, also, können Sie mal jetzt einfach mal draufrechnen, was das bedeuten würde, wenn der Nasdaq jetzt einfach mal noch 80% plus macht, ne, im nächsten Jahr, so, ähm, ich glaube nicht, dass das so kommt, auch der hat dort ein bisschen, äh, schwierig, also nicht, ne, Schwierigkeiten hat er nicht, aber hat ein bisschen Bretter jetzt vorm Holz, die insbesondere auch zum Wochenschluss noch mal interessant werden dürften, und von daher, ich würde zum Donnerstag die Unterseite nicht außer Acht lassen, trotz allem Optimismus und vielleicht trotz aller, äh, Shortomanie, wie, wie sagt man, Angst vor Short, gibt's da ein Wort, äh, Shortphobie, keine Ahnung, wenn rote Kerzen kommen, ja, wenn rote Kerzen kommen, die darf man shorten, also, wenn er in eine fette Umkehr hier oben reintritt, nach unten anzieht, also, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf 13.150 runtergehen, und auf 13.000, und wenn sie dann dastehen und sagen, oh, nee, Short in dem starken Markt, ne, ähm, dann ein bisschen, versuchen sie neutral zu sein, versuchen sie wirklich neutral zu sein, seien es offen für beides, und das meine ich eben, deswegen habe ich das auch so betont, auch wenn sie die ganze Zeit Short denken, sie müssen halt auch neutral auf der Oberseite sein, das ist Trading, sie müssen auf, wie eine Hure, auf beiden Seiten arbeiten, Hauptsache, sie kriegen Geld dafür, egal, ob dick ist oder dünn, ähm, das ist halt einfach so, das ist Trading, da geht es nicht darum, Recht zu behalten, oder Recht zu haben, oder, ähm, dass der Markt das macht, was man, was richtig wäre, oder was zur Wirtschaft passt, sondern es geht einfach darum, das zu handeln, was der Markt anbietet, das ist Trading, ja, in dem Sinne das Wort zum Donnerstag, machen sie was draus, viel Erfolg, gutes Gelegen, und wir hören uns morgen wieder, ciao!